So zum nächsten Song, der handelt vom Bösen, also meiner Meinung nach hat jeder Mensch irgendwie was Böses in sich, wo Usaku kann, aber es muss nicht ziehen. Die Nummer heißt Batman. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.